Göttliche Liebe wirkt jetzt durch mich und schenkt mir eine ideale Beziehung mit meiner Herzensseele. Alle abträglichen Gedanken, Ängste und hässlichen Vorstellungen aus gescheiterten Beziehungen der Vergangenheit lasse ich nun in der unendlichen Strömung der Liebe und des Friedens los. Nun fühle ich mich frei und bereit, bedingungslose Liebe gewähren zu lassen. Voller Freude sende ich und empfange Liebe. Meine Seelenliebe, mein Seelenpartner empfängt diesen Ruf und findet mit Leichtigkeit zu mir. Göttliche Liebe wirkt jetzt durch mich und schenkt mir eine ideale Beziehung mit meiner Herzensseele. Alle abträglichen Gedanken, Ängste und hässlichen Vorstellungen aus gescheiterten Beziehungen der Vergangenheit lasse ich nun in der unendlichen Strömung der Liebe und des Friedens los. Nun fühle ich mich frei und bereit, bedingungslose Liebe gewähren zu lassen. Voller Freude sende ich und empfange Liebe. Meine Seelenliebe, mein Seelenpartner empfängt diesen Ruf und findet mit Leichtigkeit zu mir. In meiner wunderbaren Seelenpartnerschaft blühe ich immer mehr auf und ich strahle all mein Glück in alle Bereiche meines Lebens. Meine ideale Beziehung verschafft mir Befriedigung auf allen Ebenen meines Seins und ich erfahre Erfüllung. Lebendigkeit, geistige Nähe, Vertrauen, Spontanität, Anerkennung, Freude, Verbundenheit, Freiheit, Sexualität, Hingabe, Unterstützung, Selbstwert und Liebe. Es fühlt sich gut an, das Beste zu verdienen und das Beste ist jetzt schon für mich da. Wie ein mächtiger Magnet ziehe ich meinen Seelenpartner in mein Leben und ich bin bereit, eine glückliche und erfüllende Beziehung mit ihm einzugehen. Ich bekomme jetzt genau die Art von Beziehung, die ich will und mir vom ganzen Herzen wünsche. Das fühlt sich gut an und ich spüre die Liebe förmlich auf mich niederregnen, weil ich jetzt selbst ein Fluss von Liebe geworden bin. In meiner wunderbaren Seelenpartnerschaft blühe ich immer mehr auf und ich strahle all mein Glück in alle Bereiche meines Lebens. Meine ideale Beziehung verschafft mir Befriedigung auf allen Ebenen meines Seins und ich erfahre Erfüllung. Lebendigkeit, Geistige Nähe, Vertrauen, Spontanität, Anerkennung, Freude, Verbundenheit, Freiheit, Sexualität, Hingabe, Unterstützung, Selbstwert und Liebe. Es fühlt sich gut an, das Beste zu verdienen und das Beste ist jetzt schon für mich da. In meiner wunderbaren Seelenpartnerschaft blühe ich immer mehr auf und ich strahle all mein Glück in alle Bereiche meines Lebens. Meine ideale Beziehung verschafft mir Befriedigung auf allen Ebenen meines Seins und ich erfahre Erfüllung. Lebendigkeit, Geistige Nähe, Vertrauen, Spontanität, Anerkennung, Freude, Verbundenheit, Freiheit, Sexualität, Hingabe, Unterstützung, Selbstwert und Liebe. Es fühlt sich gut an, das Beste zu verdienen und das Beste ist jetzt schon für mich da. Göttliche Liebe wirkt jetzt durch mich und schenkt mir eine ideale Beziehung mit meiner Herzensseele. Alle abträglichen Gedanken, Ängste und hässlichen Vorstellungen aus gescheiterten Beziehungen der Vergangenheit lasse ich nun in der unendlichen Strömung der Liebe und des Friedens los. Nun fühle ich mich frei und bereit, bedingungslose Liebe gewähren zu lassen. Voller Freude sende ich und empfange Liebe. Meine Seelenliebe, mein Seelenpartner empfängt diesen Ruf und findet mit Leichtigkeit zu mir. Göttliche Liebe wirkt jetzt durch mich und schenkt mir eine ideale Beziehung mit meiner Herzensseele. Alle abträglichen Gedanken, Ängste und hässlichen Vorstellungen aus gescheiterten Beziehungen der Vergangenheit lasse ich nun in der unendlichen Strömung der Liebe und des Friedens los. Nun fühle ich mich frei und bereit, bedingungslose Liebe gewähren zu lassen. Voller Freude sende ich und empfange Liebe. Meine Seelenliebe, mein Seelenpartner empfängt diesen Ruf und findet mit Leichtigkeit zu mir. In meiner wunderbaren Seelenpartnerschaft blühe ich immer mehr auf und ich strahle all mein Glück in alle Bereiche meines Lebens. Meine ideale Beziehung verschafft mir Befriedigung auf allen Ebenen meines Seins und ich erfahre Erfüllung. Lebendigkeit, geistige Nähe, Vertrauen, Spontanität, Anerkennung, Freude, Verbundenheit, Freiheit, Sexualität, Hingabe, Unterstützung, Selbstwert und Liebe. Es fühlt sich gut an, das Beste zu verdienen und das Beste ist jetzt schon für mich da.